Plätzchen, Duft im ganzen Haus, Halleluja! Kaum war der Nikolaus aus der Tür, da gibt es schon wieder einen weiteren Grund zum Feiern. So wie bei der Wobau in Parchim der Fall war. Am 7. Dezember hat die hiesige Wohnungsbaugenossenschaft groß und klein in die Geschäftsstelle zum Adventsfest eingeladen. Seit sechs Jahren werden diese Feste veranstaltet. Eine schöne Tradition. Die Kinder von der Grundschule West konnten zunächst einmal den Weihnachtsbaum schmücken. Dann wurde fröhlich gesungen und anschließend gab es natürlich auch Geschenke. Für uns sind diese Feste ganz besonders wichtig in der Kommunikation mit unseren Mietern, dass wir immer wieder Gelegenheit schaffen und die Mieter hier zu uns einzuladen, mit uns eine schöne Zeit zu haben, insbesondere jetzt in dieser Vorweihnachtszeit. Und das machen wir immer sehr gerne und freuen uns, dass auch viele Mieter unserer Einladung folgen. Und wir wollen uns eine schöne Zeit haben. Die Handarbeitsgruppe der Wobau Begegnungsstätte hat bei dem Adventsfest eigene Kreationen präsentiert. Diese gab es dann auch gegen einen kleinen Aufpreis zu erwerben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.